Hallo, ich bin die Melanie Kowal, bin aus Salzburg, bin 16 Jahre alt und bin im zweiten Lehrjahr als Lagerlogistikerin. Hallo, ich bin der Dino Kalikowitsch, bin 18 Jahre alt und bin Lagerlogistiker beim Papa Salzburg. Die wenigsten Leute wissen eigentlich, dass Lagerlogistiker ein kaufmännischer Beruf ist. Und ein Lager ist ziemlich was Spannendes, es sind 400.000 Teile bei uns und 8.000 Positionen. Zweimal im Jahr machen wir die Inventur, dass wir genau wissen, dass der Stand stimmt und am meisten Spaß macht man, wenn ich im BAV-Kauf draußen sitze und für mich Kunden zu tun habe. In Zukunft würde ich mir wünschen, dass mehr Mädels als Lagerlogistikerin anfangen und lernen und vielleicht kann ich mich selber ein Team leiten. Nach der Lehre will ich auf jeden Fall meine Gesellenprüfung erfolgreich abschließen und dann so erfolgreich wie möglich in der Firma werden und Lagerleiter war ein sehr gut. Karriere mit Lehre. Das ist voll cool. Das ist voll cool.